Worte bedeuten alles und nichts, und es ist das Wesen dieser schizophrenen Zeit, in der wir leben, dass die allermeisten so tun, als meinten sie das Gleiche, wenn sie etwa von Demokratie oder Meinungsfreiheit oder Europa reden. Aber Demokratie bedeutet nichts, wenn jemand wie Erdogan oder Trump das Wort benutzt. Sie reduzieren das Konzept von Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit auf ein Zahlenregiment, bei dem die Mehrheit regiert, und verdrehen damit das Wesen der Demokratie, weil sie von den wesentlichen Werte abrücken, die die Demokratie ausmachen.